Kontrollpunkt, wunderbar? Ist das wieder so eine Spule? Müssen wir überlegen, wir haben immer noch diese Sicherungsdinge da irgendwie. Da ist alles voll mit den Teilen. Fuck, da ist ja einer! Naaah! Scheiße! Ich bin ins Toten der Erde, du Unhead! Okay, den habe ich gar nicht gesehen! Arschloch! Arschlochvieh! Alter, 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 Alter! Ich mag ihn nicht! Ich glaube, bei denen sollte man wahrscheinlich von denen einfach wegrennen, die ignorieren oder so. Weiß ich nicht, weil das ist Munitionsverschwendung, die Bringen halt auch gekommen ist. Das war der Typ da gewesen, ne? Also schnell anzünden. Weil es wieder nicht geht. Ach, leg mich doch am Arsch! Ich renne jetzt hier mal durch. Ich will die nicht töten. Das ist die reinste Munitionsverschwendung. Renn! Sag mir bitte nicht, ich bin in der Sackgasse gelandet. Das sieht mir ganz normal aus. Renn, 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 renn! Komm! So, hier geht's weiter. Äh... Was ist denn das jetzt hier? Ah, hier, guck mal! Okay, da sind die Dinger aus. Super! Ähm, kannst du dich mal bitte bewegen! Lass mich durch! Komm! Bitte! Ja, so viel so, ich hätte die doch... Das war's, Leute! Ähm, Granate bin ich tot. Ich bin immer tot, egal was ich jetzt mache. Ja, das war's. Ich habe aber ne Idee, wie wir die machen, Leute. Wir sammeln die alle und dann töten wir sie gleichzeitig. Indem ich eine Granate reinwerfe oder so. Irgendwie probier ich das jetzt mal. Ich will aber nicht meine ganze Muni jetzt bei denen raushauen. Das will ich gerne vermeiden. Ähm, so gut, Leute. Ähm, ich werde mir mal noch schnell ein paar Explosivbolzen herstellen. Das ist echt ein guter Spot, wo wir mal ein bisschen reichschaden machen. Wir könnten auch kälte, aber die sind ja billiger die Explosivbolzen. Ich mache mal drei Stück. Okay, los geht's. So. Ich frage es, ob sie zu schlau ist. Ich stelle mich einfach mal hier hinten rein und hoffe, dass jetzt hier keiner durchkommt. Okay. Und weiter. Warte mal. Jetzt muss ich Granaten werfen. Wow, so viel sind das ja gar nicht mehr. Das war's, oder? Ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen jetzt. So schwer ist es doch gar nicht. Und jetzt habe ich auch nicht so viel Muni rausgehauen, was auch mal angenehm ist. Guck mal, die bringe ich nicht viel. Krass wie ein... Ne, das ist für die Schrodi, ne? Ne, das ist für die Schrodi. Magnum könnte ich mal wieder was gebrauchen. So gut, hauen wir mal das Ding hier rein. Das hätte man auch effektiver lösen können, aber so fand ich schon mal ganz gut, um ehrlich zu sein. Nicht so gut. Wow, wo kommst du denn her? Oh Gott. Okay, zwei Schrodi kann ich auch mitleben. Ne, da... Ich gehe auch nochmal sicher. Bewegt sich irgendwie nach. Genau, da kann ich jetzt nämlich hier das nur einpacken. Ich fuchs. Also... Wieso mehr oder was das jetzt? Ach... Bist du wieder tot oder stehst du wieder auf? Steh wieder auf. Scheiße. Bist du jetzt tot? Ja. Lalalalalala... Ich muss mal gucken, ob irgendwas rumliegt. Kann ja sein. Ne, nicht so. Ducken will er sich hier komischerweise auch nicht. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Das ganze Areal hat sich verändert. Jetzt hör doch mal auf damit, bitte. Liegst du? Okay, schnell anzünden. Weil der steht definitiv wieder auf. So... Ich setze erstmal alles ein, was wir hier haben. Jetzt nix mehr. Okay, alles klar. Ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt drehen, dass nochmal gespeichert wird. Ich hoffs zumindest. Ich hab ja seinem letzten Speicherpunkt schon wieder ein bisschen was geleistet. Und dann sind die Speicherpunkte ganz gut gesetzt hier in dem Spiel. Also... Muss ich eigentlich nicht beschweren. Okay. Wow, 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 wow. Ist das assig, aber von hinten. Und dann zünden. Nicht gespeichert. So, hier geht es nicht lang. Da sind wir uns einig. Die Tür gehe ich auch nicht auf. Hier geht es jetzt lang. Alles klar. Wo ich mich vorhin beschwert habe, dass er sich nicht duckt. Bei den klappt das ja nicht mit dem Fuß schießen, leider. Ich glaube, mit Schrodi ist es, glaube ich, noch die beste Waffe gegen die, gegen Einzelne. Da geht's. Fuck, fuck, fuck. Wo kommt das denn her? Okay. Oh, es wurde gespeichert. Gott sei Dank. Ich dachte, wir wären jetzt von hinten irgendwie überrascht. Was kommt das denn her? Alter. Alter. Was ist jetzt tot? Das ist das Vieh, ne? Scheiße. Vielleicht sollte ich rennen. Macht das Sinn? Aber rennen ist eigentlich nicht gut. Bin ich in einer alten Nestgär! Die ganze Augen. Die ganze Augen. Gut, erstmal hier oben. Jetzt müssen wir einen Überblick bekommen. Streichhürzer. Sehr, sehr nett. Freue ich mich drüber, weil langsam kriegt man Mangel. Okay, gucken wir erstmal hier. Ah, sehr gut. Schrott. Habe ich immer gern mit. Dann mache ich auch nur irgendwie eine Harpune, die ich nicht mitgehen kann. Ich glaube, das wäre so eine Plant Harpune. Ne, doch nicht. Ist das explosiv oder explosiv gewesen? Ich glaube fast, ne? Schmalz. Und noch mehr Schmalz. Cool. Oh, Leute, wir können es bald skillen. Großartig. Freue mich. Oh, das ist schon ein Spiegel. Krass, die Muni ist wieder voll. Ich kann noch nicht mehr nachladen. Uah! Alter, richtig viel Muni hier. Großartig. So, gut. Dann lasse ich aber nochmal ganz schnell hier. Aber es fehlt echt nicht mehr viel, aber ja, Pumpwolzen kann ich mir noch nicht ganz leisten. So. Kartenfragment. Schön, schön, schön. Wie, ist kein Tagebuch hier? Ist kein Tagebuch, Leute. Ich freue mich richtig drauf, wenn wir das dann, ähm, auf Maximum haben. Ja, ich habe auch schon mal einen, ähm, japanen Bolzen. Ob sich dann vielleicht mal so ein Gefühl der Überlegenheit einstellt, ich mag es zu bezweifeln. Eine Schlüssel? Haben wir eine Schlüssel? Ich glaube, wir haben keinen Schlüssel gefunden. So, so, speichern. Gut, dann machen wir weiter jetzt hier. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh, 1500 gehirn schmeißen noch. Schade, dass wir die jetzt noch nicht haben. Okay, bin weiter. Okay, wieder so ein Generator. Und Speichelpunkt. Bloß gut, dass ich gespeichert habe. Mit dem kann ich aber nichts machen. Und ein Hebel, den ich nicht aktivieren kann. Was ist denn hier los? Okay, das sieht aber auch eher aus wie ein Fahrstuhl oder so, oder? Scheiße, das ist im Arsch. Okay. Äh. Achso. Ben? Ich habe zwei Stück, ich brauche aber drei Stück. So wie ich das sehe. Okay, machen wir erstmal das hier. Machen wir hier hin. Nehmen wir das hier. Hm, einsetzen, umsetzen. Kann ich das nicht drehen irgendwie? Also hier bringt das ja nichts. Okay. Kann ich hier nicht drehen? Nein. So, jetzt geht aber der Lift. Okay. Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker. Okay. Wäre jetzt noch so ein Ding. Ah, jetzt haben wir alle drei. Sehr, sehr cool. Das ist ja ein tolles Rätsel. Kommen hier welche? Das klang gerade so. Also. Okay, kann ich nochmal neu anfangen, bitte? Das bringt doch nichts. Oder? Okay. Okay. Oh nein. Oh nein. Jetzt muss ich gegen das Vieh kämpfen, ne? Bestimmt muss ich gegen das Vieh kämpfen. Kontrollpunkt. Ja, wenn der hier gespeichert hat. Ich komme mich nochmal schnell um. Ne, ich muss kämpfen. Okay, Leute. Jetzt geht's los hier. Schade, dass ich das noch nicht hoch habe. Ich mache jetzt mal noch ein paar Kältebolzen. So. Ihhh. Oh, das war Explosivbolzen. Das wollte ich gar nicht. Rück hier. Ganz ruhig. Und ich muss auch treffen. Feuer. Sehr gut. Und jetzt auf... Verpunenbolzen. Nein, ich brauche was machen. Weiter. Oh, ist das eklig. Und weiter. Nein. Alter, okay. Ich habe aber noch ein paar Granaten. Was ist das denn? Kann ich mich heilen? Das ist verschwunden. Das sind so diese komischen Würmer. Wie soll ich denn die töten? Ich will jetzt dafür... Die werden immer größer. Oh, das geht cheap. Okay, die haben mich verschwendet. Was soll ich denn jetzt machen? Sagst du mal bitte. Oh, da kommen immer mehr. Ich will aber eigentlich... Mit der Schrodi kann ich das jetzt draufschieben. Ekelhaft. Schrodi draufschieben ist auch bescheuert. Okay, ich bin nun mit drüber gelaufen, glaube ich. So, nur? Da oben ist es. Ah! Okay. Ich stelle mir noch ein paar her. Also so richtig schlau wäre das da raus noch nicht. Ich feuer einfach weiter drauf. Wo sind das vier jetzt? Da hinten. What the fuck? Okay, das... Alles klar, also sobald das nach oben geht, muss ich sofort wieder runterschießen wahrscheinlich, weil sonst kommen ständig diese Kackwürmer an. Denke ich jetzt einfach mal. Okay, nächster Versuch. Mal verschwinde. Hättliches Kackfieh. Okay, erstmal Abstand gewinnen. Ich könnte es ja auch mal mit Schockbolzen probieren. Schnell. Renn! Okay, drauf jetzt hier. So, hat gesessen. Oh, das ist leider kein Schockbolzen. Wieso hat der das Ding... Das ist ein Schockbolzen. So, der hat gesessen. So, Kältebolzen machen wir später. Jetzt habe ich Hupenbolzen erstmal drauf. Bam! Und währenddessen noch mal ein bisschen nach hinten gehen am besten. So, wechseln. Und wieder Schockbolzen. Das kommt. Schieß doch mal! Sehr gut. War das ein Schockbolzen? Kältebolzen, komm ja auch noch ein Kältebolzen rein. So. Alles was wir haben. Hupenbolzen. Weiter. Und nochmal ein Schockbolzen. So, und jetzt werden wir in dessen Hupenbolzen wiederherstellen. Alter. Schade, dass wir damit nicht doppelt Schaden machen. Das würde dann mehr das vielleicht schon dauern. Stirb doch mal jetzt mal bitte. Ganz ruhig. Noch ein Schockbolzen herstellen. Ah, wir haben noch über zu viele, sehe ich gerade. Kommt das näher? Wo sind das Vieh jetzt? Wo ist denn das? Das ist wieder irgendwo hier oben, oder? Da ist es. Scheiße. Okay. Ah. Ich nehme mal eben eine Spritze. Das müsste jetzt irgendwo hier oben wieder hocken. Wahrscheinlich. Da ist es. Alter. Schnell. Schockbolzen rein. Wegrennen, wegrennen, wegrennen. Oh, das darf ich mich doch nicht erwischen. Ich habe gesessen. So, und jetzt war ich ein Hupenbolzen. Bam. Bam. Bist du jetzt endlich mal tot? Oh, endlich. Meine Fresse. Bist du jetzt endlich mal tot?